ich nehme mal gucken ob er nur simuliert ich nehme seine hand über das gesicht weiß ich nicht dass jemand nur simuliert indem sie meine reinhauen und der reaktion zeigt wenn ich auf sein gesicht fallen okay wenn er simuliert dann zieht er die am gesicht normalerweise am gesicht vorbei aber jetzt habe ich nicht mehr gesagt dass immer fallen ich glaube er ist bewusstlos er ist bewusstlos ja ich glaube auch das war relativ eindeutig der schon richtig rot dem geschichte ich glaube die können das triggern war der umfeld oder die wissen dass zeitlich wann das passiert selbst spiel für euch das letzte stündchen hat geschlagen man muss ehrlich sagen eric geht richtig steil hier bergab ich gehe hier auch gleich mal ganz steil aber das willst du nicht sehen aber das nüschen ist vorausgerollt weißt du bescheid das was das nüsst eva alles ok nein hast du dir was getan auch wir ja größe hallo ich habe so entschuldigung ich glaube du hast ja und dann nicht kommt das war der park Oh Gott. Ich muss jetzt mit Fackel fahren. Was ist los? Der mit seiner scheiß Fackel, Alter. Mustafa, Alter! Du machst mir Angst, Mann! Oh mein Gott! Mustafa! Mustafa! Du machst mir Angst, Alter! Was machst du, Alter? Du machst mir Angst! Wir treffen gestern und Kaya war da auch kurz da. Sie hat gemeint, sie sei auch queer. Ach was. Ja! Gelsina! Hallöchen! Wunderschönen guten Abend! Gelsina! Äh, so ein Tunnelkopf kaputt. Ja. Ich raste aus, Alter. Ich raste aus. Hat sich Ihr Problem mit dem Auto lösen können? Was denn? Was für ein Problem? Sie haben ja vorhin in Ihre Motorhaube so reingestarrt. Ja, da war irgendwie was. Ich weiß nicht, ob das nicht richtig geschlossen hat oder so. Ich hab da auch keine Ahnung von. Ah. Naja. Jedenfalls habe ich noch ein Hündchen mit der Dame hier zu rupfen. Verdammt! Wie bitte? Matt's Auto. Ja, genau. Entschuldigung, ich warte schon wieder deinen Namen. Das müssen wir leider auf später verschieben. Ich hab jetzt… Mmm.... Untertitelung des ZDF, 2020